Bei SpaceX wird keine Zeit verschenkt. In Boca Chica haben die Aufräumarbeiten, aber vor allem die Upgrades an der Startinfrastruktur längst begonnen. Hier lässt sich wohl niemand von diesem ersten Flug und den vielen negativen Pressestimmen entmutigen. Man bekommt fast den Eindruck, jetzt erst recht. Was verbessert wird, wie es verbessert wird und was Elon Musk dazu sagt, das schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. In der letzten Episode hatte ich für euch aufbereitet, was Elon Musk zum jüngsten Testflug der SpaceX-Dash-Rakete und den dabei aufgetretenen Problemen gesagt hat. Da das Originalgespräch auf Twitter mit unter anderem Tim Dodd, dem Everyday Astronauten, fast eine Stunde gedauert hat, habe ich das thematisch sortiert und dann aufgeteilt. Grob zusammengefasst das letzte Video, da ging es darum, dass die Rakete ja nur mit 30 Triebwerken der 33 Booster-Triebwerke losgeflogen ist. Während des Starts grub die Rakete aufgrund unerwartet starker Erosion ein Loch in die Betondecke. Elon Musk konnte keine endgültige Angabe zur Ursache des Betonversagens machen, vermutete aber, dass die Sandverdichtung unter dem Beton dazu beigetragen haben könnte. Die Rakete wurde während des Fluges zusätzlich durch einige Explosionen beschädigt und verlor schließlich während des Fluges die Kontrolle. Die automatische Selbstzerstörung der Rakete zündete, ungeplant aber etwas zeitverzögert. Welche Verbesserungen jetzt von SpaceX umgesetzt werden und wie der nächste Start und die Zukunft des gesamten Starship-Programms aussehen werden, dazu hatte Elon Musk auch eine Menge zu sagen. Und das ist dann das Thema der heutigen Episode. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, unbedingt den Rechtsstaat abonnieren. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Hier noch kurz der Hinweis, dass ich nur das von Elon Musk Gesagte zusammenfasse und für euch ins Deutsche übertrage. Das Gespräch kann man als eine Art Pressekonferenz verstehen. Mehr Insider-Infos habe ich aktuell nicht und deshalb finde ich das auch völlig in Ordnung, das genauso unkommentiert wiederzugeben. Kommen wir zur Startinfrastruktur. Grundsätzlich war Elon Musk in dem Interview sehr positiv gestimmt und betonte, wie cool das bisher Erreichte schon ist und dass das Starship-System grundsätzlich funktioniert. Es seien noch viele Probleme zu lösen, aber man werde es in den Orbit schaffen und man werde das Starship wiederverwendbar machen. Und das würde dann einen realen Weg eröffnen, damit es die Menschheit mal zum Mars schaffen könnte. Was zu Elon eine total verrückte Vorstellung ist. Aber erst einmal müssen noch einige Probleme gelöst werden. Da die Schäden an der Startrampe die meiste Beachtung fanden, fange ich hiermit mal an. Damit beim nächsten Test das Abgas nicht wieder ein tiefes Loch gräbt, wird laut Elon Musk eine Menge an Stahl unter den Starttisch kommen. In der letzten Episode habe ich davon berichtet, dass SpaceX gehofft hatte, die Schäden würden sich bei einem Test in Grenzen halten. Sie hätten bereits an einem System gearbeitet, um den Pad-Boden zu schützen, aber es sei einfach noch nicht fertig gewesen. Hätten sie damit gerechnet, dass es solche Schäden gibt, hätten sie laut Elon Musk auf dieses System mit dem Test gewartet. Was das genau für ein System werden soll, dafür bekommen wir auf der Tonspur von Elon Musk auch einige Hinweise. Elon beschreibt einen Mega-Stahl-Sandwich, das von Wasser durchströmt wird. Die Oberseite soll mit Löchern perforiert sein und ja, Elon Musk nutzt die Analogie eines riesigen Stahl-Duschkopfs, der nach oben zeigt. Als Herausforderung nannte er die Wassermenge und den Druck, mit dem das Wasser aus den Löchern austreten muss, damit es gegen den Druck der Triebwerke aus der Platte gepresst werden kann. Sei alles machbar und Sie wären sehr sicher, dass das Ganze funktionieren wird. Das System werde auch deutlich größer ausfallen als die Basis des Starttischs, um zu verhindern, dass das Abgaz vielleicht an anderer Stelle ein Loch graben kann. Auf diese Weise soll der Geröllsturm dann verhindert werden und auch deutlich weniger Staub aufgewirbelt werden. Die Last auf diese Struktur soll dann zusätzlich in die Fundamente des Starttischs geleitet werden. Der Zeithorizont von Elon Musk, im nächsten Monat sollte man die Arbeiten daran sehen. Es gab sehr viele Kommentare, nicht nur unter meinen Videos, ebenso auch auf Twitter, warum SpaceX denn keinen Flametrange, also frei übersetzt keinen Flammengraben verwendet, den schließlich ja jede andere große Startrampe für Großraketen hätte. Darauf angesprochen sagte Elon Musk, es würde theoretisch beides funktionieren. Das Wichtigste sei, dass alles, was direkt von der Flamme getroffen wird, regenerativ und durch Verdunstung gekühlt wird. Durch die Verdunstung, da würde dann eine massive Dampfwolke entstehen. Die Akustik sei mit dem Mega-Stahl-Sandwich schlechter, aber da sich die Nutztast weit oberhalb des Abgasstrahls befindet, braucht man das nicht zu sehr wichtig nehmen. Sie hätten beide Systeme angeschaut und sich dann für die wassergekühlte Platte entschieden. Dass die Rakete nicht weiter geflogen ist, lag laut Elon Musk aber nicht daran, dass sie die Platte nicht hatten. Dazu aber gleich mehr. Aber es ist ja nicht nur das Pad, das ordentlich etwas abbekommen hat. So wurde der Startturm von einigen großen Brocken direkt getroffen. Laut Elon Musk aber nicht gravierend beschädigt. Von der Tankfarm gab es recht schnell nach dem Start Bilder, die stärkere Schäden zeigten. Mehrere der Tanks werde man ersetzen. Von diesen vertikalen Tanks habe man sich sowieso trennen wollen. Für die Zukunft setze man auf liegende Tanks, die eine evakuierte Hülle haben. Die liegenden Hotdog-Tanks, die sie schon haben, seien auch nach dem Test im guten Zustand gewesen. Ich hatte schon im letzten Video berichtet, dass sie derzeit keine Anzeichen hätten, dass Raptor-Triebwerke von Geröll getroffen wurden. Außerdem scheint Elon Musk weiterhin sicher, dass die Rakete auch dann nicht weitergeflogen wäre, wenn sie die Betondecke nicht zerstört hätten. Vielmehr habe es wohl eine Flammenausbreitung innerhalb der Boosterstruktur gegeben, die einen Teil der Flugsteuerung oder der Schubvektorsteuerung ausgeschaltet hätte. Hier zog er dann interessanterweise Vergleiche zur sowjetischen N1-Rakete. Das ist auch deshalb interessant, da die N1 ja immer als Beispiel genannt wird, warum der Starship-Booster mit seinen vielen Triebwerken keine gute Idee wäre. Hier hat sich Elon Musk erneut als großer Bewunderer der sowjetischen Raketentechnik gezeigt. Auch sagt er, dass Russen und Ukrainer gemeinsam unglaubliche Dinge in der Raumfahrt geleistet hätten. Die N1-Rakete sei für Elon Musk die Rakete, die dem Starship am nächsten kommt, auch wenn das Starship deutlich größer ist. Wobei das Starship in seinen Augen auch noch etwas risikoreicher sei, weil es cryogene Treibstoffe nutzt. Auf die sehr gute Frage von Tim Dodd, dem Everyday Astronauten, warum das Starship im Gegensatz zu N1 erfolgreich sein werde, antwortete Elon Musk, er glaube, die N1 wäre erfolgreich geflogen, wenn man das Programm fortgesetzt hätte. Es war der Sowjetunion einfach zu teuer, das Programm fortzusetzen. SpaceX habe im Gegensatz zum N1-Programm ein Produktionssystem aufgebaut. Wenn es zehn Flüge brauche, bis das Starship erfolgreich fliegt, dann würden sie es zehnmal versuchen. Weiter hätten sie mit dem Raptor extrem leichte Triebwerke entwickelt. Wenn ein Triebwerk ausfällt, sei das nur ein Schubverlust von drei Prozent. Das sei kein großes Problem. Der Schlüssel sei aber, dass die Triebwerke gut voneinander isoliert sind und der Ausfall eines einzelnen Raptor-Triebwerks keinen Domino-Effekt erzeugen kann. Dann habe man ein robustes Design. Das habe bei Booster 7 nicht so gut funktioniert, aber das sei beim nächsten Booster mit der Nummer 9 schon besser gelöst worden. Wenn die Triebwerksisolation vernünftig gelöst sei, halte er das Starship für ein extrem zuverlässiges Raketensystem. Ein weiteres interessantes Detail zu den Triebwerken ließ Elon Musk eher beiläufig fallen. Aktuell haben sie die Raptor-Triebwerksproduktion heruntergefahren und konzentrieren sich eher auf Leistungsverbesserung und Zuverlässigkeit, da sie aktuell mehr Triebwerke haben, als sie bräuchten. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Das Triebwerk von Senkrechtstarter, das sind die Schutzengel. Vielen, vielen Dank an alle, die Senkrechtstarter regelmäßig durch ihre Spenden monetär unterstützen. Ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Ihr habt wirklich aktiv mit den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ja, wenn auch du meine Arbeit unterstützen möchtest, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter Patreon oder der YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Na, wenn es alles so super war, wann geht es denn dann wieder los? Und wie viele Flüge werden sie bei SpaceX wahrscheinlich noch brauchen? Elon Musk sagt in dem Twitter-Gespräch, seine Erwartungen an einen nächsten Flug ginge in die Richtung, dass er es für eher wahrscheinlich hält, einen Orbit zu erreichen, als dass ihm das nicht gelingt. Für uns auch sehr interessant. Am Flugprofil werde SpaceX laut Elon Musk nichts ändern, sondern im Prinzip das Gleiche noch einmal versuchen, nur mit besserer Hardware. Ich hoffe weiter, sie könnten noch vier Flüge mit dem Starship in diesem Jahr ausprobieren, vielleicht sogar fünf. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Jahr einen Orbit erreichen, setzt er nicht auf 100 Prozent, aber in den nächsten zwölf Monaten sollte SpaceX das gelingen. Und dass es noch mehrere Flüge brauchen könnte, bis sie es in den Orbit schaffen, das schien Elon Musk nicht sehr zu beunruhigen, da sie wie gesagt ein extrem gutes Produktionssystem aufgebaut hätten. Und das ja bekanntlich nicht nur für das Starship. Als Beispiel nannte er die komplexen Falcon-Oberstufen, die extrem zuverlässig fliegen und von der aktuell ja alle drei bis vier Tage eine die SpaceX-Produktion verlässt. Klar, das Starship-Programm, das kostet eine ganze Menge Geld. Auf die Frage, wie viel genau, antwortete Elon Musk, einige Milliarden werde das Starship-Programm dieses Jahr noch kosten, grob etwa zwei Milliarden Dollar. SpaceX plane aber derzeit keine neue Finanzierungsrunde. Anmerkung von mir, es gehen da aktuell gerade Gerüchte um. Es wäre ja für SpaceX-Investoren aktuell nicht so ganz einfach, ihre Anteile zu verkaufen. Weil SpaceX aber nicht an der Börse frei handelbar ist, lassen sich derartige Gerüchte und der Marktwert von SpaceX nur sehr schwer einschätzen. Zum nächsten Start des Starships wurde auch einiges gesagt. Der nächste Start, der wird dann definitiv mit dem überdimensionierten Duschkopf, dem Mega-Stahl-Sandwich, erfolgen. Es könnte definitiv ein aufregender Flug erwartet werden, auch wenn Elon einen erfolgreichen Flug in den Orbit nicht garantieren könne. Welche Starship-Oberstufe sie für den Flug verwenden werden, das stand zu dem Zeitpunkt des Interviews oder des Twitter-Gesprächs am 30. April noch nicht fest. Sie würden aber definitiv den Wiedereintritt und den Hitzeschild testen wollen. Interessant für uns, Elon Musk erwartet das Kernentwicklungsziel des Starship-Programms, die vollständige Wiederverwendung erst in ein paar Jahren. Als Beispiel nannte er die Falcon 9, bei der es auch ein paar Jahre gedauert habe, bis man sie so zuverlässig habe fliegen können wie derzeit. Start und Landung der Falcon 9 sind ja mittlerweile absolut normal. Nach dem Testflug konnte man ja auch besorgte Stimmen vernehmen. Ob der Start nicht gezeigt hat, dass das Starship-Programm noch in den Kinderschuhen steckt? Auf die Frage, ob sich der Stand des Starship-Programms negativ auf die Rückkehr der NASA zum Mond mit Artemis 3 auswirken kann, sagte Elon Musk unmissverständlich. Das HLS-Starship für die NASA wird definitiv nicht der limitierende Faktor für die Artemis 3-Mondlandung werden. Die Rückkehr des Menschen zum Mond. Was für ein abgefahrener Gedanke. Wir sind live dabei, wie in diesem komplett ungewöhnlichen Starship-Entwicklungsprogramm etwas entsteht, das mal Menschen auf dem Mond landen wird. Wenn es nach Elon Musk und SpaceX geht, sogar einmal Menschen zum Mars bringt. Mir gibt es unglaublich viel Energie. Ich freue mich total, das live zu verfolgen. Keinesfalls werde ich mich da von Rückschlägen entmutigen lassen oder von Sackgassen, aus denen man halt eben wieder herausfinden muss. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön sehr gleich bleiben. Dein Moro. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.